hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja also wir haben hier 14 becher und unter jedem becher ist entweder was gutes oder was schlechtes und wir dürfen uns jetzt abwechselnd einen becher raussuchen und dann müssen wir das essen was aus dem becher hervorkommt also nicht gleichzeitig und nicht zwei nein also einmal nicht gleichzeitig ich nehme mal die goldene mitte für den anfang okay warte jetzt nehme ich und danach schon gleichzeitig auch ich nehme rot zwei lieblingsfarbe ja aber du hast es ja gemacht du weißt ja nicht ich habe es echt gemischt also ich habe dann hin und her geschoben ich weiß nicht wo es ist okay jetzt aufmachen eins zwei drei was ist das brokkoli ich hasse tonfisch mein schöner brokkoli also dann mache ich jetzt nur ich weiß ein stück ab okay ja du musst aber runterschlupfen jawohl ich finde es nicht schlimm okay jetzt schon warte es ist roh alles wie die sonne so wie in gras reinbeißen würde hast du mal als kinder gras gegessen nein jetzt schon hast du nicht probiert nein so knoll gemacht nein okay okay ich nehme mal das da das hat kein unterteil das reizt mich jetzt voll eins zwei drei und schon wieder gemüse das ist so baby brei und gemüse allerlei 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 gemüse das ist zum kotzen ich habe ein bisschen gegessen okay das wird ganz lecker das tötend Würgereiz auslösen in meinem hals wie kann man kindern so etwas geben okay ab dem vierten monat hast du Schokolade gegessen in der Früh oh lecker lecker okay dann nehme ich der ist so ganz alleine und unscheinbar ich habe hier zwei rote jetzt nehme ich mal ein blaues 1 2 3 hey nein was hast du nein nicht diese peperoni nicht diese türkischen diese scharfen also ich esse die sehr gerne auch wenn ich in der Früh okay ein muss ich ein ganzes ja ich weiß auch ich mag die feier aber die sind ratten scharfe ratten scharf wieso ziehst du eigentlich nur gute Sand ich bin der Depp von dir oder was ich fühle mich als würde die ganze Scheiße ziehen von der Sand ziehen von der Sand ziehen also deswegen hast du das gemacht nein aber ich sag jetzt mal weil sonst kommst du nie auf die Sand ich hab schon dann nehme ich das da 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 mhm das eins eins zwei drei nein ja das wollte ich vermeiden ich hab Sushi mhm was hast du grünen Apfel schau mal wie das schon rieicht boah nach Tümpel und ich hasse Fisch du musst jetzt einmal richtig scheiden einbeißen boah ey ey doch ich hab Brokkoli gegessen aber das ist verrückt schlug schnell runter hör auf grrrr wieso grrrr so eckig ey das innere ist gar nicht eckig ich das äußere diese Algen sind so ey wie kann man sowas essen jetzt ist hier noch eins mit Sesam soll ich das mal probieren mhm los oh jetzt hast du auch ordentlich neigebissen ja das geht also das ist jetzt nicht so eklig mhm aber das mit den Algen war übelst irgendwie aber trotzdem brauche ich Wasser oh ja das schmeckt sogar gut mhm übel genau das wollte ich vermeiden ich hab die Verpackung gesehen ok weiter du ich greife mal zu blau ich wusste es aus der goldene Mitte nimmt dann nehme ich gleich den echt? mhm er hat nichts gesehen warte mal Nikis sehen Nikis 1 2 3 3 hey ich hab ne Karotte getrocknete Früchte feigen sind das einmal feigen 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 das schmeckt mir vielleicht auch nicht ich weiß ich hab's doch zu den eckigen Sachen genommen nicht lecker das geht so eckig ist das nicht hey schmeckt nach Karotte probieren wir mal mhm wir haben nur noch 4 leckere Sachen oder? ich glaub eklige Sachen warten auf gar nicht dran 3 1 2 3 hey wir haben beide was leckeres das schmeckt voll gut abbrein Keks abbrein Keks und Hakan hat Schokolade Schokolade mhm schmeckt gut oder ist es unterzuckert es gibt verschiedene schmeckt gut wie lieb das soll ich kann dich am Abend haben hehehe ja ok Schatzi dein Abendpreis fertig ok jetzt sind genau noch 2 Becher sind die 2 jetzt eklig oder? weiß ich nicht ich glaub ein guter ist noch drin ich weiß was das ist also 1 2 letzte Runde 3 nein nein das ist eklig ich hab Zwiebel und Hakan hat Garnil ich weiß nur ein Stück ab ok aber ich glaub das riecht voll lecker wie Hähnchenstückchen ja aber das ist nur das Gewürz aber die Konsistenz ist ja das eklig ich hab Zwiebeln soll ich? ja toll Leute das sind keine Garnilen das sind Froschschenkel ok ich pack das überhaupt nicht ich pack keine rohen Zwiebel ich will das nicht runter schicken du spuck hier rein ich hab Brotteile gegenüber Garnilen ich find das so eklig und der Nachgeschmack erst gib her oh jetzt stink ich den ganzen Tag nach Zwiebel Alter ich weiß nicht warum ich nicht Garnilen essen kann man die stehen voll schreibt doch mal in die Kommentare mögen ihr Garnilen oder wie ist das bei euch so? aber die riechen gar nicht so schlimm ja aber dieses Fisch nicht Fischige sondern die Konsistenz labbrig so verstehe ich so als würde ich was Lebendes essen so weißt das pack ich überhaupt nicht naja das war jetzt unsere Food Challenge meine Lieben ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr lasst uns einen Bein Daumen da für die Leute die neu auf unseren Kanal gestoßen sind hier unten könnt ihr uns jederzeit kostenlos abonnieren und würdet somit kein Video mehr verpassen genau bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss